Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt, in der Rupal Kali wies. Verdammt! Verflucht! Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Komm schon, Rave, hör auf! Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Rave, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich machst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden und das lasse ich mir nicht von... ...zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Nein! Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Pedder. So ist richtig. Kannst du mit Schwertern umgehen? Ja. Mit der Spitze zustellen, richtig? Oh, das wird sicher lustig. Du hast dich geschnitten, Nate. Komm schon, Nate! Nein, still! Du hast es zu lassen. Zögere das unvermeidete Nektchen aus. Keine Augen. Kannst du mit? Nichts! Jetzt kommen wir den Satz. Ja, dann musst du dich gehen. Nein! Ich bin Kind. Das könnte etwas nicht tun. Ich bin etwas enttäuscht. 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 Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert. Alles! Bisse! Da! Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rave? Ich bin etwas enttäuscht. Es ist zu schwer! Versuch's nochmal! Es ist zwecklos! Versuch's! Es ist zwecklos! Es ist zwecklos! Verdammt! Hör mir zu! Hör mir zu! Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden! Es ist allein! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, Brüderchen! Okay? Alles ist gut! Es muss einen Weg geben! Nathan! Nathan! Du musst ihn weg! Was muss ich sagen? Du musst ihn weg! Komm schon, Nathan! Ich muss wissen, dass du's geschafft hast! Der ganze Land fliegt gleich in die Luft! Was ist denn? Das ist es! Was machst du denn? Vertrau mir! Halt den Kopf und... ...aus. Was ist denn? Denn du bist absolut verrückt, man! Wie ist denn der Richtige? Kass! 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 Das ist unser Haus-Kanis! Kass! Weiter! Scheiße! Sam, nicht anhalten! Nicht anhalten! Ach, du Scheiße! Oh, Nate! Nate! Hey! Komm! Bist du okay? Hey! Hey, Sully! Ich hab sie! Wo seid ihr? Gleich hier! Und? Hast du alles? Ja, glaub schon! Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse! Soll ich euch wirklich mich heimbringen? Nach den letzten Tagen zieh ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr! Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal! Geht klar! Danke, Sully! Alles Gute, Junge! Lass von dir hören! Wenn du wieder in der Stadt bist, geb ich einen aus! Da werde ich dich dran erinnern! Dann haut der Hase einfach ab! Und hinterlässt kleine Hasen-Überraschungen überall auf dem Bett des Direktors eine ganze Zeit! Hey, hey, hey! Was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magie-Phase! Oh, ich hasse dich! Wie war dein Künstlername? Los, sag's hier! Der große Nate! Das ist nicht witzig, der Name ist toll! Zu seiner Verteidigung, er war... du warst ziemlich gut! Aha! Hör zu, Sam! Es war... Interessant, dich kennenzulernen! Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde! Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich! Ich komme gleich nach! Ja! Ich mag sie! Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben! Ich weiß, ja! Hör zu, das Angebot steht noch! Das ist nett, aber nein, danke! Wenn du denkst, du wärst uns eine Last... Das bist du nicht! Darum geht's nicht! Also, ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur... Nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich... Zufrieden? Stattdessen habe ich... ...irgendwie dieses Gefühl von... Leere! Egal wie... ...aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende... ... verstehst du immer mit dem gleichen Gefühl da! Manchmal muss man... ...entscheiden, was man behält... ...und was man loslässt! Tja... ...ich schätze, da bin ich noch nicht! Außerdem... ...hast du mir ein paar alte Städte voraus! Ich muss noch was aufholen! Es sind noch welche übrig! Gut, danke! Oh, äh... Unser Taxi ist da! Ja! Wir haben's... ...weit gebracht! Haben wir, kleiner Bruder! Komm her! Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab! Zieh Leine! Ja! Lasse Feuer! Ja! Und? Victor? Was steht jetzt dann, hm? Hm? Also, bevor ich hier reingezogen wurde... ...hab ich an einer Art... ...Geschäft gearbeitet. Geschäft? Gefährlich? Äh... ...mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenn da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt... ...und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das geniegt. Wann los? Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Ha, ha. Okay, spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, hm? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, äh, du. Was? Ja, komm schon, ernster. Doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann! Hey. Morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein... ...letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay. Perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen sie mich an. Wird gemacht. Hi. Hi. Du... du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja. Es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein. Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es... Es war toll. Ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier drauf gehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Brack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jamison nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde voll auf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder... Wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Nein. Meine Augenkoordination ist viel besser. Ich könnte... Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da legst du ja sowas vor vorgeben. Wie viel Angst hast du? Ungefähr drei. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr elf. Elf. Ach ja? Oh je, das... Okay. Schön, bin dabei.